Das hier ist eine neue Art von Video, nämlich ein Video, auf dem ich meinen Arbeitstisch von oben zeige oder genauer gesagt einen kleinen Ausschnitt davon. Und das tue ich, weil ich heute etwas konkret Technisches zeigen möchte, nämlich habe ich vor einiger Zeit das hier bekommen. Und das ist, wie man vielleicht schon erkennen kann, ein Apple Laptop, ein Apple MacBook, muss ich das natürlich nennen. Und das funktioniert jetzt einigermaßen. Ich habe das repariert, aber ich habe ein zentrales Problem und das ist nämlich, dass ich kein Ladegerät dafür bekommen habe. Leider wäre hilfreich gewesen, das zu haben, aber naja, ich habe mir Ersatz beschaffen, nämlich habe ich mir das hier geholt und das ist ein Ladegerät, würde das jeder normale Mensch nennen. Deswegen nenne ich das auch. Das hat aber ein Defekt, dieses Gerät. Deswegen habe ich das mir auch geholt, um das ein bisschen interessanter für mich zu machen. Nämlich ist das hier eine entscheidende Schwachstelle bei diesen Dingern, bei diesen Geräten. Nämlich ist das Ding, was man hier sieht, ein sogenannter Kabelschutz. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt. Ich nenne es jedenfalls jetzt so. Also das ist eine gleichmäßig sich verbiegt und nicht an der Kante, wo es herauskommt, umgeknickt wird, das Kabel. Dieser Kabelschutz ist jedoch sehr schlecht gemacht. Warum zeige ich in Kürze? Oder einfach jetzt, ja. Ich hole das mal raus. Natürlich muss man überall den Apfel aufmachen. So. Und das ist das Gerät an sich. Ich zeige erstmal, was man dabei als zubehört. Nämlich zwei verschiedene Möglichkeiten gibt es das in die Steckdose zu tun. Es gibt einmal diesen Adapter hier. Den kann man reinschieben und das ist ein ganz normaler Euro-Stecker ohne Schutzkontakt, also nur zwei Kontakte. Das heißt also, dass das Gerät damit nicht geerdet ist. Das heißt, wenn da drin irgendwie einer der beiden Kontakte kurz geschlossen wird mit dem Gehäuse, durch irgendeinen Kabelbruch, durch irgendeine Beschädigung hier drin vielleicht, würde das heißen, dass derjenige, der das MacBook anfasst oder, naja, es ist aus Plastik, aber wenn er jetzt ein Metallteil davon anfassen würde, z.B. ein USB-Schirm oder von dem Netzwerkkabel, das Metallding, dann würde er einen ordentlichen Stromschlag bekommen. Einen womöglich tödlichen. Aber das ist wohl ein so geringes Risiko, dass das trotzdem so zugelassen wurde. Sonst wäre das ja gar nicht erhältlich in Deutschland. Schönerweise gibt es auch das hier dabei. Das ist, um das Ding in die Steckdose zu stecken, mit Schutzkontakt. Das ist dieser dritte. Also hier in Deutschland haben wir diese beiden Spangen links und rechts bei der Steckdose. In manchen Ländern gibt es auch einen weiteren Zapfen, einen weiteren Pin, der aussieht wie diese hier, der dann aber aus der Steckdose rauskommt und dann da rein geht. Deswegen hat man dieses Ding übrigens. Ja, ich werde natürlich das Ding benutzen und nicht das. Ein weiterer Nachteil davon ist natürlich, dass das ganze Gerät am Ende da dran hängt. Und das ist nicht gut für die Steckdose, wenn das so da dran hängt. Und es verbiegt auch. Noch ein weiteres unschönes Merkmal. Also Perfektionismus ist für mich was anderes. Das ist für mich nicht perfektionistisch, wenn die Steckerstifte sich verbiegen, weil das so ein schweres Ding ist, was da dran ist. Also, ja, ganz klar, ich werde das nicht benutzen. Ja, ich habe eben über den Schutz beim Kabel geredet. So sieht ein anständiger Schutz aus. Man sieht, es ist nicht so, dass der Stecker aufhört und das Kabel abrupt anfängt, sondern es ist dieses Ding dazwischen mit diesen Einriffelungen. Und dieses Ding ist biegsam, wie man sieht, aber nicht so stark biegsam wie das Kabel. Das ist so ein Übergang. Also man hat hier drei Phasengründe. Das ist nicht biegsam, leicht biegsam und stark biegsam. Und das ist dafür da, dass man das zur Seite zieht, dass es sich einigermaßen gleichmäßig verformt und eben nicht das Kabel in einem scharfen, eckigen Winkel zur Seite gebogen wird, weil dann nämlich das Kabel kaputt gehen würde. Besonders wenn man das auf Dauer macht und das hin und her bewegt. Also hier auch. Hier wurde das auch gut gemacht. Hier ist auch keine scharfe Kante, an der das Kabel gebogen wird, eben durch diese Vorrichtung hier. Ja, das Kabel ist in Ordnung. Ist auch vielleicht aus Sicht der Apple Designer wichtiger gewesen, das hier richtig zu machen, weil schließlich ein Kabelbruch hier tödlich sein kann für den Benutzer. Wenn er nämlich an einen der Kabeladern da drin rankommt, dann kann das durchaus sein, dass er dabei drauf geht. Also scheint das hier ein Grund gewesen zu sein, das hier besser zu machen. Hier wurde es nicht richtig gemacht. Ja, wie man schon daran sehen kann, dass hier der Schirm rauskommt und wahrscheinlich auch die inneren Adern beschädigt sind, denn das sieht hier etwas anders aus. Es ist nicht sehr gleichmäßig. Es ist eine Kante. Je stärker man das zieht, desto mehr wird das deutlich. Ich habe das nicht studiert, das Zeugs. Das ist zumindest der Grund, den ich nachgelesen habe. Hier passiert das wohl auch manchmal. Man sieht auch hier einen leichten Knick. Also es ist nicht mehr gerade, weil das vermutlich öfters, vielleicht war die Kabelführung so. Ja, das scheint so zu sein. Also es steckte vermutlich so im Gerät drin. Deswegen ist hier jetzt auch ein Knick. Also diese Kabelführung hier und hier sieht vielleicht schick aus, aber ist nicht so effektiv wie die andere. Und ich muss das hier reparieren, weil das Gerät nicht funktioniert, weil eben da drin die eine oder andere Ader gebrochen ist. Oder abgerissen ist oder wie man das nennen will. Das ist ein MagSafe-Verbinder, den kennt wahrscheinlich jeder hoffentlich. Wobei das ja impliziert, dass derjenige mit Apple-Produkten vertraut ist. Naja gut, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Ich werde das hier reparieren. Es ist einigermaßen einfach zu reparieren zum Glück. Man macht dafür das Netzteil auf und schneidet das Kabel hier ab und lötet da drin das neu an. Das hat den Nachteil, dass dann dieser Kabelschutz hier komplett wegfällt. Ich habe nämlich leider keinen. Ich könnte vielleicht einen kaufen und als Ersatz darüber machen. Aber ich gehe gut damit um mit diesem Ding. Ich achte dann darauf, dass es nicht umknickt. Ich bin ja kein Mensch, der schlecht mit seinen Sachen umgeht. Haha. Ja, wie man das aufmacht ist einigermaßen einfach. Es befinden sich hier keine Schrauben dran, weil natürlich Schrauben nicht gut aussehen würden. Die sind einfach zusammengedrückt und man kann hier einen Schraubendreher oder zum Beispiel sowas hier einführen und dann sich langsam durcharbeiten, bis man die beiden Hälften auseinander hat. Das werde ich jetzt tun. Das werde ich aber nicht filmen. Aus ästhetischen Gründen. Dass man einfach nur einen Schraubendreher reindrücken kann und das so auseinanderkriegen kann, war etwas naiv von mir. Denn natürlich hat Apple, um das genau zu verhindern, die beiden Teile zusammengeklebt. Also es gibt diese beiden, auf der einen Seite die eine Leiste und auf der anderen Seite diese Rille. Und das wird ineinander gesteckt. Und bevor die das getan haben, haben sie Klebstoff reingetan. Das heißt also, die beiden Teile waren sehr fest zusammengeklebt. Und deswegen musste ich einen kleinen Trick anwenden. Nämlich war das hier, wo diese Klappen waren. Ich musste das hier dazwischen machen und das so auseinander bekommen. Ja, das hat ein paar kleinere Beschädigungen hier verursacht, aber nichts Äußeres. Das heißt also, wenn ich das am Ende wieder zusammenstecke, kleben werde ich es nicht. Vielleicht irgendein Klebeband außen rum. Aber da Klebe von innen rein zu machen, ist eigentlich ein Signal, dass man verhindern möchte, dass jemand das repariert. Nun wird es viele Apple-liebende Menschen geben, die jetzt sagen würden, das muss man aber auch gar nicht aufmachen können, weil man diese Dinger ja sowieso nicht reparieren muss normalerweise. Dieses Ding hier ist allerdings ein Beleg dagegen, gegen diese These. Denn man muss manchmal Dinger reparieren. Ja, ich hätte das ganze Ding natürlich auch wegschmeißen können und mir gleich ein heiles kaufen können. Aber das ist nicht gut für die Umwelt. Und ja, das lasse ich dann erstmal so stehen. Also diese beiden Hälften hier, die habe ich auseinander bekommen. Und die werde ich hoffentlich auch wieder zusammen bekommen. Es sieht aber ganz gut aus, dass ich das hinbekommen werde. Das hier ist eine Verschirmung, also eine Alufolie im Grunde, die da reingeklebt ist. Hier ist die leider gerissen, aber das ist nicht so tragisch. Und das hat mit Schutz vor elektromagnetischer Strahlung zu tun. Ob das jetzt die Strahlung ist, die hier rauskommt oder Strahlung von außen nicht reinkommen soll, weiß ich nicht. Aber ist eigentlich nichts richtiges. Hat eher was mit gesetzlichen Vorgaben zu tun. Ja, das ist das Innenleben. Auch hier ist wieder eine Verschirmung herangeklebt direkt und wahrscheinlich auch hier zusammengeschweißt. Also wird das auch schwierig sein, das danach wieder zusammen zu bekommen. Zumindest die Verschirmung, so wie sie vorher war. Schönes 3M-Klebeband hat man hier verwendet. Hier ist der Eingang. Und hier kann man dann auch sehen, was ich vorhabe. Aus diesem Ladekabel kommen diese beiden Kabel raus. Das wäre nach üblicher Bezeichnung schwarz Masse und weiß wäre die Spannung, die 16, sonst was Volt. Also etwa 16 Volt, die hier reingespeist werden in diese beiden. Und was ich machen werde, ist, dass ich das Kabel hier abschneide. Ja, ich kann das auch hier abschneiden und dann die beiden Kabel zusammen löten. Ich kann aber auch eigentlich direkt diese Enden, die ich dann hier freilege, direkt in die Platine rein löten. Das kommt mir ein bisschen sauberer vor. Aber ich werde mal gucken, wie ich das mache. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen weiter noch reingucken, aber naja, mal sehen. Da fiel mir gerade ein, nachdem ich das hier durchgeschnitten habe, warum sollte ich eigentlich nicht zeigen, wie ich das mache. Also ich habe das jetzt hier durchgeschnitten, ganz primitiv. Das lege ich mal zur Seite. Und was als nächstes kommt, ist, dass die äußere Gummischicht vom Kabel abgemacht wird. Ich denke mal, dass das hier reicht. Und das mache ich mit diesem Werkzeug hier. Ich werde mal gucken, ob das damit klappt. Nur ein bisschen ankerben, dass ich das dann abziehen kann gleich. Nicht zu stark drücken. Ich will ja nicht die Isolierung drin auch kaputt machen. Dann knicke ich das und dann sollte ich das abbekommen. Ja, das hat doch wunderbar geklappt. So, so sieht das Kabel von innen aus. Das außenrum ist die Verschirmung alias Masse. Ein paar habe ich dann doch abgeschnitten eben damit, aber ist egal. Das braucht nicht alle. Wichtig ist, dass das Kabel davon umwickelt wird. So, das ist in mehreren Schichten wurde das rumgewickelt. Aha. So, das Ganze drehe ich zusammen. Ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, wie genau man das macht. Und... Ach, das ist ja sogar noch schlauer gemacht, als ich eben dachte. Also gut, das ist hier Masse, also Minuspol. Und der Pluspol ist dieses Kabel hier. Das heißt, dass gar nicht zwei Adern da drin sind, sondern es ist eine Ader drin. Und... Ja, man kann es eigentlich auch als Ader bezeichnen. Die andere Ader ist halt außenrum gewickelt. Das hat vielleicht einige Vorteile. So. Und auch das wickele ich so zusammen. Und fertig. Und der Logik nach müsste das Äußere jetzt der Minuspol sein und das Innere der Pluspol. Es kann auch sein, dass die es andersrum gemacht haben. Äh, ich werde es also gleich nochmal überprüfen. Aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass das genauso ist. Ja. Und das kommt dann da rein gelötet, äh, wo der Minuspol rauskommt. Und das wird daran gelötet, wo der Pluspol rauskommt aus dem Netzteil. Ich könnte das theoretisch auch schon jetzt ganz woanders reinmachen. Ich brauche dieses Ding eigentlich nicht mal. Wenn ich jetzt irgendein anderes 16 Volt Netzteil habe, könnte ich das auch da reinmachen. Und... Ja. Das wäre zum Beispiel praktisch, wenn man das als Autonetzteil benutzen möchte. Weil beim Zigarettenanzünderstecker bei einem normalen Auto kommt 12 Volt raus. Und man kann einen Umwandler von 12 auf 16 Volt hier anschließen. Und dann kann man sein MacBook im Auto aufladen. Das fiel mir jetzt hier zum Beispiel ein. Ja, also die Bearbeitung hier ist erstmal fertig. Dann kann ich das zur Seite legen und ein bisschen aufräumen. Eigentlich nicht so wichtig. Es gibt manche Menschen, die räumen nicht auf in ihren Videos. Ich mache das ganz gerne. Aha. Ja, ich denke ich werde das so machen, dass ich nicht in der Platine erst direkt einlöte, sondern hier das Kabel auch abschneiden werde. Also so. Das hier abisolieren. Na, das mache ich auch mal direkt. So. Das ist das schwarze Kabel, also Masse. Na, da habe ich eben ein bisschen zu viel geschnitten. Na ja. Muss ich gleich nochmal gucken. Also das Prinzip ist jedenfalls klar. Diese Zange hier ist so aufgebaut, dass die eine Vertiefung, eine Kerbe in der Mitte hat. Und das bedeutet, dass wenn man das zusammendrückt, dadurch außenrum gleichmäßig die Isolierung abmachen kann. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu stark drückt. Das habe ich eben gemacht. Und dafür gibt es diese Schraube. Da kann man einstellen, welche Mindestdicke erhalten bleiben soll. Das kann man also auf die Dicke der Ader einstellen. Und dann muss man sich da keine Sorgen drum machen. Ich bin aber jetzt gerade etwas zu faul, das zu machen. Und mache das deswegen einfach so. So. Ein bisschen außenrum. Und abziehen. Ja. Und es ist nicht schlimm, wenn ein paar von diesen einzelnen Fasern dabei abgeschnitten wird. Weil diese Stelle hier einigermaßen kurz ist. Das ist hier vielleicht nicht gut. Bei der Masse habe ich jetzt mehr als die Hälfte abgeschnitten. Das werde ich also wohl noch weiter runterkürzen. Ja. Das ist das Prinzip. Dieses weiße Zeugs hier drin übrigens. Das ist jetzt etwas gummiartig und bröselt ab. Das ist übrigens Wärmeleitpaste. Das wurde da vor dem Zusammensetzen reingequetscht überall. Damit die Hitze, die hier drin entsteht, über die Metallverschirmung hier gleichmäßig verteilt. Und dann über das Gehäuse abgegeben werden kann. Ja. Das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefend erklären. Das wäre etwas zu kompliziert. Ich habe jetzt schon den Lötkolben eben reingesteckt. Der ist gerade dabei aufzuheizen. Und ich werde jetzt in der Zwischenzeit mal verifizieren, dass das äußere Gemasch auch tatsächlich die Erde ist. Also die Masse. Der Minuspol. Und das mache ich mit diesem schönen Gerät hier. Das ist ein... Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ja, kann man sehen. Ich kann das auch sogar erhellen. Sehr erhellend, dieser Einblick. Und ich nehme hier mal die Einstellung für Widerstand. Also das Ohmzeichen. Und da kann man dann sehen, wann das zusammenhält. Da kriege ich einen niedrigen Wert. Also 0,3 Ohm kriege ich jetzt hier raus für diese Kabel. Und jetzt tue ich das mal hier ran. Und guck mal, welcher von den beiden. Also es wird da wahrscheinlich der Äußere sein. Ob der Äußere tatsächlich Minus ist. Und tatsächlich. Ich halte es draußen an das Gehäuse-Teil rein. Und es ist Masse. Masse, Erde, Ground. Es gibt viele verschiedene Begriffe. Minus ist es in der Praxis. In der vereinfachten Praxis ist es das gleiche. Ja, und der innere Kontakt. Also Plus wird ja dann wohl einer von denen hier sein. Ich kann jetzt aber gerade mit einer Hand nicht so gut da rankommen. Aber ja, so viele andere Möglichkeiten bleiben nicht. Außer Plus und Minus. Einfache Physik. Ja, damit ist das schon mal verifiziert, dass wir hier Plus und Minus haben. Dann werde ich als nächstes das verzinnen, die beiden Enden. Der Anfänger würde jetzt vielleicht so direkt die Versuchen zusammenzuhalten und dann zu löten. Aber das ist ganz dämlich. Viel besser funktioniert es, wenn man das einklemmt. Nämlich hier mit. Das ist so ein kleiner Ständer mit Klammern drauf. Da kann man Sachen festmachen. Und da werde ich dann jetzt hier eins von beiden. Zuerst nehme ich den mal Plus als erstes. Dann habe ich hier ein Stück Papier. Das soll verhindern, dass wenn das warm wird. Denn wenn man das gleich verzinnt. Also mit einem Lötkolben warm macht. Dann kann das sein, dass das Plastik auch etwas warm wird. Und dass dann diese Klammer sich da reinfrisst. Und dann die Isolierung kaputt macht. Deswegen mache ich da ganz gern etwas Papier rum. An der Stelle. So. Ja, mache ich das mal so, dass das Papier nicht direkt da dran ist. Wobei, so viel kann ich das auch nicht. So. Dann mache ich das so, dass es horizontal ist. Mache ich den Kram hier zur Seite. So. Ich bin Rechtshänder. Das kann ich gleich mal verraten. Deswegen mache ich das so, dass ich von hier da ran kann. Dann nehme ich etwas Lötzinn. Und dann den Lötkolben, der eine Pistolenform hat. Und das liegt daran, dass man im Notfall damit dann auch jemanden erschießen kann, wenn man das möchte. Ist nur etwas unhandlich. Aber, also beim Erschießen. Ja. Gut. Komme ich mal direkt zur Sache. Es gibt noch einen Knopf hier. Da kann ich drauf drücken. Dann wird die Leistung erhöht. Das heißt, dann wird mehr Hitze hier drin erzeugt. Mehr Strom in Hitze umgewandelt. Und das ist hilfreich, wenn man größere Massen erhitzen will. Weil, je größer das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding hier erhitzen wollte, dann bräuchte das viel mehr Energie, um das heiß zu machen. Und das würde viel zu lange dauern. Und deswegen kann man dann den Knopf drücken bei solchen Sachen. Vereinfacht dargestellt. Ja, es sollte jetzt heiß genug sein. Ich kann das überprüfen, indem ich hier das da ranhalte und gucke, ob es schmilzt. Und tatsächlich, es schmilzt. Und jetzt muss man aufpassen, diesen Dampf, der hier rauskommt, den sollte man nicht einatmen. Deswegen habe ich auch gerade einen gewissen Abstand, den ich gerade einhalte. Ja, und dann halte ich das mal da ran. So, erstmal ein bisschen ranhalten, damit das heiß wird, damit auch das Kabel heiß wird. So. Und fertig verzinnt. Jetzt ist dieses Kabel hier mit diesem Lötzinn benetzt. Ja, und hier ist ein Tropfen unten an Lötzinn dran, den ich jetzt abklopfen werde auf meinem Tisch. Und wichtig, wenn man es abklopft, also andere benutzen Schwämme, aber das ist was für Weicheier. Ich klopfe das einfach ab. Und nachdem man es abklopft, sollte man schnell das abkratzen, weil das nicht heiß ist. Es würde sonst auf dem Tisch Verbrennungsflecken geben, wenn man diese Zündtropfen hier zu lange da drauf lässt. Jetzt sind die auch schon hart. Ja, das ist hier das Ding, auf dem der Kolben, die Pistole drauf liegt normalerweise. Ja, das ist dann die eine Seite, die ich verzinnt habe und die eine Ader und jetzt kommt die andere Ader dran. So. Das zu verdrehen ist eigentlich nicht so wichtig, aber ich mache das, damit das nicht so dick ist, damit das möglichst dünn bleibt. So. Und jetzt wird auch diese Seite verzünnt. Auch hier wieder erstmal ranhalten, damit das heiß wird, denn das Lötzinn, das klebt nicht daran an Draht. Sondern wenn der Draht heiß ist und das Lötzinn heiß ist, dann verbinden sich diese Metalle miteinander. Das geht nur, wenn beide Teile heiß sind. So. Ranhalten. Ein bisschen Lötzinn ran, damit die Hitze besser überspringen kann. So. Damit es auch diese Ader verzünnt, wieder abklopfen, wieder das Lötzinn bewegen, während es erkältet. Dann haben wir jetzt hiermit das Kabel erfolgreich verzünnt. Jetzt werden diese beiden verzünnt, da brauche ich diese, ich weiß gar nicht genau, wie man die nennt. Helfende Hände werden die, glaube ich, genannt, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ja, das werde ich wohl einfach hier so hinstellen, ohne das irgendwo anders noch halten zu lassen. Wobei, naja, so versuche ich das hier schief zu halten, weil das möglichst gerade sein sollte. Mal gucken, ob ich jetzt hier auf die Schnelle das schief halten kann. Hiermit. Ja, das kann ich, wenn ich das jetzt hier hin mache. So. Räumliches Denken ist gefragt. So. Perfekt. Da ist doch etwas schief. Und jetzt kann ich diese Seite hier den Minuspol auch wieder heiß machen. Ich mache erstmal Lötzinn ran, denn die Hitze springt schneller über. Und verzinnen. So. Das ist verzinnt. So. Jetzt der Pluspol. Auch hier wieder Lötzinn schnell ran, damit da die Hitze überspringen kann. Und jetzt verzeiessen und jetzt mehr Lötzinn. Da ist ein bisschen zu viel Lötze dran. So. Abklopfen. Und Lötzinn vom Tisch abkratzen schnell. Ja, jetzt haben wir, da ist noch ein bisschen zu viel, das mache ich auch nochmal ab. So. Jetzt haben wir beide Pole an beiden Seiten verzinnt. Ich habe ja eben gesagt, dass ich das nochmal etwas erklären möchte mit dem Zusammenzinn. Also ich habe ja eben gesagt, es müssen beide Teile heiß sein. Es muss das Lötzinn heiß sein und es muss das Metall heiß sein, an das man das ran machen möchte, ran löten will, das Lötzinn. Und wenn man jetzt zwei Drähte miteinander verlöten möchte, dann heißt das, dass der eine Draht heiß sein muss, der andere Draht und das Lötzinn. Man muss also beide Drähte gleichzeitig heiß machen und dann noch zusätzlich das Lötzinn heiß machen. Und das ist manchmal etwas kompliziert, schwierig und es dauert länger, weil nämlich der Lötkolben beide Drähte gleichzeitig erhitzen muss. Wenn man jedoch beide Drähte schon verzinnt hat bei den Enden, dann muss man das nur noch nebeneinander halten, das Lötzinn kurz zum Schmelzen bringen, nur für weniger als eine Sekunde und das reicht dann schon, weil nämlich das Lötzinn des einen und das Lötzinn des anderen sofort geschmolzen ist, zusammenhält und die Drähte selbst gar nicht so heiß werden müssen, weil die ja schon mit dem Lötzinn verbunden sind jeweils. Ja, das ist ein sehr wichtiger Trick, finde ich, das so zu machen. Jetzt kommt ein sogenannter Schrumpfschlauch ins Spiel. Und das Problem wäre jetzt, wenn ich das direkt so jetzt nebeneinander halten und zusammenlöten würde, dass dann das Risiko besteht, dass sich beide Kontakte, wenn ich das Gehäuse wieder zumach, berühren und ein Kurzschloss entsteht. Und um das zu verhindern, werde ich jetzt über einen von beiden einen sogenannten Schrumpfschlauch rüberziehen. Und das ist ein, wie der Name schon sagt, Schlauch, der schrumpft. Und wo habe ich sowas? Da habe ich sowas. Und diese Schläuche, die werden, wenn man sie heiß macht, enger. So, jetzt gucke ich mal, welche Breite ich brauche. Ist das hier zu dünn? Ich denke, das ist etwas zu dünn. Das sieht gut aus. Ja, dieses Stück werde ich benutzen. Das muss man dafür über eine der beiden Kabelenten rüberziehen. Hier ist es etwas zu knapp, also werde ich das da rüberziehen. Und außerdem werde ich das wahrscheinlich auch etwas verkürzen. Denn diese Lötstelle muss gar nicht so lang sein. Ja, das werde ich tun. Ich schneide also hier jetzt wieder ein bisschen ab. Na, nicht ganz so viel. Aufpassen beim Abknipsen, denn diese Teile, die man hier abknipst, erreichen eine sehr hohe Geschwindigkeit. Das sollte nicht in das Auge von einem selbst kommen, aber auch nicht in das Auge von jemandem, der vielleicht zwei Meter neben einem sitzt. Das kann man nicht oft genug betonen. Auch hier kürze ich das etwas. Es ist natürlich optimal, wenn beide Kabelenden, beide Adern, die freigelegt sind, gleich lang sind, dass die beiden Stücke gut aufeinander passen. So. Ja, jetzt schiebe ich, ich mache den Pluspol zuerst. Der Grund ist nämlich, der Schrumpfschlauch, der schmilzt leider auch manchmal ungewollt. Nämlich wenn man beim Löten, beim Löten wird ja das Kabel heißen, dann kann das sein, dass auch der Schrumpfschlauch schon schmilzt. Und das möchte ich verhindern, deswegen möchte ich dem nicht unnötig lange der Hitze aussetzen. Wobei das hier schwierig ist. Ich werde den Schrumpfschlauch also etwas kürzen, damit der nicht direkt über der Lötstelle schon drüber ist. So. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich nur noch beide Enden nebeneinander halten und schmelzen. Das wird sehr einfach sein. Zumindest ist das theoretisch sehr einfach. So. Ja. So. Und fertig. Jetzt sind beide Aderenden zusammengelötet. Jetzt muss ich nur noch den Schrumpfschlauch darüber ziehen. Wie mache ich das am besten? So. Ja einfach so. So. Darüber gezogen. Jetzt muss ich diesen Schrumpfschlauch heiß machen, damit der auch ranschmilzt. Und dafür gibt es ein Werkzeug, das im Grunde ein Föhn ist. Nur halt in klein. Da haben wir es. Das ist eine Hot Airgun. Das ist also im Grunde ein Föhn, der einen sehr spitzen kleinen Punkt an heißer Luft ausgibt vorne. So. Reingesteckt. Hier das so positionieren, dass es möglichst in der Mitte ist. So. Und heiße Luft auch. Die Luft ist heiß, also da nicht den Finger zu lang drunter halten. Es ist jetzt auch nicht so heiß, dass man sich sofort verbrennt, aber man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie versehentlich im Hintergrund, weil die heiße Luft ist, die geht noch so etwa, ja bis hier ist sie noch sehr heiß. Das heißt also, wenn ich das jetzt hier zu lang machen würde, dann könnte es sein, dass ich die Tischplatte verfärbte. Man muss also aufpassen, wo man das Ding hinrichtet. Von unten auch nochmal. Damit der Schrumpfschlauch von allen Seiten einigermaßen gleichmäßig geschrumpft ist. So. So. Das war es dann mit dem Schrumpfen. Das ist dann genug geschrumpft. Und dann werde ich jetzt die andere Hälfte ranlöten. Ich drehe das mal ein bisschen, dass ich da besser rankomme. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich das am besten halten kann, denn dieser Draht wird jetzt sehr heiß werden. Deswegen benutze ich dafür dieses kleine Greifwerkzeug. Wie man das nennt, weiß wahrscheinlich schon jeder. Das ist jetzt etwas friemelig. Und das ist eine sehr trockene Lötstelle, das heißt ich, also da ist zu wenig Zinn, weil das Zinn hier wahrscheinlich sich reingezogen hat. Deswegen werde ich etwas mehr Lötzinn noch darüber machen. So. Das sieht schon deutlich besser aus. Auch hier wieder Lötzinn abklopfen, das überschüssige von Lötkolben. Lötkolben kann rausgezogen werden, das ist genug Gelöte für heute. So. Und jetzt werde ich mal gucken, wie ich das wieder in das Gehäuse reinbekomme. Und ich werde wahrscheinlich hier noch etwas weiter rumwickeln, damit das hier nicht irgendwo da drin gegenkommt. Wobei das Masse ist, also es sollte nichts machen, wenn das irgendwo hier gegenkommt. Aber ja, das wird jetzt etwas friemelig, das da wieder rein zu bekommen. Und das aufzunehmen würde mich etwas ablenken. Deswegen pausiere ich die Aufnahme jetzt mal kurz. Ich habe es etwas billiger gelöst, als ich gedacht habe vorher. Ich habe es einfach zusammengesteckt und mit transparentem Klebeband, dessen Marke ich nicht nennen werde, zusammengeklebt. Das ist sehr robust. Diese tollen Klappen funktionieren auch, die ich nicht benutzen würde. Und ich habe das jetzt einfach so hier rausgeführt und werde jetzt irgendwie gucken, wie ich das hier einigermaßen praxistauglich befestigen kann. Ich werde wohl Heißkleber benutzen dafür, damit das nicht ganz so frei herum schwankt und auch ein bisschen gerade gehalten wird. Mal gucken, wie ich das mache. Und so sieht das aus, was ich jetzt daraus gemacht habe. Ich habe das Kabel zur Seite gelegt und mit Heißkleber ordentlich festgeklebt. Und das hat den großen Vorteil, dass es jetzt an der empfindlichen Stelle hier nicht mehr herum wackeln kann, hin und her gebogen werden kann. Und das soll also ziemlich lange halten. Das ist jetzt hier immer noch die Stelle, die das größte Risiko für Kabelbruch hat, weil der Teil ab hier fest ist und der Teil ab hier sehr biegsam ist. Aber ich werde sehr darauf aufpassen und ich würde dieses Gerät jetzt auch nicht irgendjemandem verkaufen oder schenken, der nicht vorher klar aufgeklärt wird, wie er damit umzugehen hat. Also das ist jetzt kein Gerät mehr, das man der Oma Erne einfach so geben kann. Zumal mit Tesafilm zusammengeklebte Netzteile sowieso nichts sind, das man unerfahrenen Leuten überlassen sollte. Aber ich bin zuversichtlich, dass das Gerät jetzt funktionieren wird. Und was bringt die Zuversicht, wenn ich das nicht einfach direkt mal ausprobiere? Live im Video. So, und das hier rein. Diese Drahtdinger abwickeln. So, erster Schritt. Die erste Fragestellung, wird das Ding krachend in die Luft gehen, wenn ich es reinstecke? Und deswegen stecke ich den Stecker natürlich rein, während ich mindestens ein paar Zentimeter Abstand nehme. Schön weich ist das Kabel. So, es steckt drin, der Strom ist noch an und es ist nicht in die Luft gegangen, wird auch nicht heiß. Das heißt also kein Kurzschloss, das ist schon mal gut. Dann wickele ich das hier nochmal ab, diesen Draht. So, ja und jetzt kommt der große Moment, indem ich das Ding reinstecke in dieses Gerät, das jetzt hier schon seit Monaten rumliegt, dass ich dann hoffentlich endlich aufladen kann. Mal gucken. Passiert etwas, ist jetzt die Frage. Ich habe jetzt das Kabel andersrum reingesteckt, also so, dass das in die Richtung weg geht. Es sollte keinen Unterschied machen, aber jedenfalls jetzt leuchtet diese doofe Lampe. Das heißt also, Problem gelöst, es lädt und Wackelkontakt ist hier natürlich keiner mehr sonst. Stellen Sie sich natürlich jetzt Fragen, die man unabhängig von diesem Exemplar hier stellen muss, nämlich einmal, was bringt Think Different als Konzept? Think Different ist gut bei Brainstormings, um auf neue Ideen zu kommen, um neue Sachen vorzuschlagen und auszuprobieren. Aber Think Different als Produktdesign halte ich für eine schwache Idee, weil schließlich gibt es ja auch gewisse Gründe, warum man Dinge so tut, wie man sie tut. Besonders im Engineering, besonders im Ingenieurwesen. Ja, also dieses Ding lädt und es funktioniert. Und besonders risikoreich ist natürlich ein Kabelbruch bei solchen Dingen. Es ist ja nicht nur so, dass das Ding nicht aufgeladen hätte, es wäre ja auch heiß geworden. Weil nämlich ein Kabelbruch bei einem solchen Kabel hier, da fließt viel Strom durch, mehrere Ampere, das sieht man auf dieser Bezeichnung. Ich glaube 3 oder 4 Ampere in dem Bereich sind das. Und 3 bis 4 Ampere, die wegen Kabelbruch nur noch sehr dünnen Kontakt durchfließen, sorgen natürlich dafür, dass diese verbliebenen wenigen Fasern sehr, sehr heiß werden. Und das sorgt dafür, dass das Kabel schmilzt, verkohlt, vielleicht sogar ein Brand entsteht dadurch. Und deswegen ist das hier wieder mal eine Beschädigung, die nicht nur dafür sorgen kann, dass, also das, ich habe es ja jetzt behoben im Grunde, aber dieses Fehldesign ist wieder mal eine von diesen Fehldesigns, die nicht nur dafür sorgen, dass es nicht funktioniert, sondern sogar dafür sorgen können, dass plötzlich das Haus von Oma Erna abbrennt. Und das ist dann nicht mehr so lustig. Und das ist dann nicht mehr so lustig.